Okay, perfekt. Dann schauen wir mal rüber. Bitte lassen Sie mich über die Straßen gehen, ich bin Polizist. Alter, ich hätte mich fast überfahren, die blöde Kuh. Wo ist hier das? Ach hier. 1987. Für 87 sind sie aber ganz schön frisch aus. Kann ich wieder die Telefonnummer haben. Ui, Memo, guck mal. Ui. Oh, guck mal, da rechts, Memo. Ja, die gehören abgeschleppt. Das sind keine Taxis. Die müssen Toeser und die kann ich abschleppen alle. Hä, warum minus 5? Warum minus 5? Warum habe ich jetzt gerade minus 5 Punkte bekommen? Hier steht fett Toeser und rauf. Links von hier bis hier. Steht doch. Ach so, ähm. No parking von 12 bis 4 PM. Upsi. Wednesday. Hoppala. Ich hätte vielleicht das kleine Schilder unten lesen sollen. Es ist ja, es ist ja, es ist ja Montag. Ähm. Ähm, Scusi. Es ist, äh, 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 was? Ich hab ein Schild überlesen. Dankeschön an Anders Schwitzritze für 6,66 Euro. Ui. Wirklich jetzt? Man kann sterben, wenn man überfahren wird? Warum ich nackt nicht da sitze? Weil ich ein Hund bin. Äh, Friday. It's Friday, then. Ich stell uns hier so in deinem Pfosten hier so rein. Guck mal. Das sieht, das sieht keine Sachen. Ah, Hilfe! Ich steck fest. Nein, nein. Hat das Spiel gerade kaputt gemacht? Nee, oder? Ich steck einfach mal hier fest. Ich hatte doch vorhin die Radar-Bistole gehabt. Hab ich doch rausgeholt. Ah, warte mal. Wie hab ich jetzt die Kappe aufgesetzt? Hä? Warte mal, was? Leute, ich komm gerade auf ganz viele neue Sachen drauf. Der hat so gestottert. Äh, menschliche Zähne? Was zum Teufel machst du? Dankeschön. An dieser Stelle, Liebe geht raus. Ich hab nämlich... Nein, ich steck da schon wieder drin. Jetzt ohne Scheiß, ne? Mit Abstand ist das das Schlimmste ever. Oh, der kriegt was von mir. Schau mal, der geht jetzt über Rot. Der kriegt jetzt was von mir. Pass auf. Schau, wie er mich anlächelt. Guck, guck, guck dir das scheiß Lächeln an. Guck ihn dir an, wie er lächelt. Ciao. Ein kleines Stück Scheiße, hä? Next to like. Ich spiele das Spiel auch gerade und ich habe keinerlei Bugs und hänge auch nicht fest. Ja, siehst du, ich sag immer, ich schaffe immer das Unglaubliche, was andere nicht schaffen. Das ist immer das. Ich gehe irgendwo hin, spiele ein Spiel und mich hängt es an den krassesten Stellen auf. Das ist das, was ich meine. Oh nee, ich muss niesen. Oh nee. Ja, äh, äh. Ihre Schicht ist jetzt zu Ende. Fangen Sie zur Wache. Sofort. Du hast polizeiliche Gewalt. Ich wollte sie mitnehmen und ich konnte nix mehr. Alter, das ist so nervig, Bruder. Aber mir kommt vor, ich schaffe es irgendwie, dass das komplette Spiel bei mir komplett am ausrasten und am verbacken ist. Das schafft keine Sau, nur ich. Du kannst mit ihr nichts machen, weil die Mission fertig ist. Ach gut, dass ich das jetzt lese, dass ich da nichts machen kann, wenn die Mission fertig ist. Jetzt, jetzt habe ich die ganze Scheiße wie umsonst gemacht. Ich könnte so ausrasten, Bruder. Ich könnte gerade so ausrasten. Ich bin wirklich mad, aber wisst ihr eh wie. Ach, da steht behindert am Kennzeichen. Tatsächlich, das wusste ich nicht. Steht hier wirklich. Aber gut, stellt euch mal vor, ihr habt behindert auf dem Kennzeichen stehen. Oh, was ist denn da los? Die Dame, was ist denn da passiert? Wie das ausgesehen hat. Ja, ich glaube, ich kann gehen. Können Sie bitte leise sein da unten? Wir machen da gerade ne Testung. Ich bin echt glücklich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.